Viele Antworten hat jetzt hoffentlich die zweite Nationalratspräsidentin Doris Buris für uns. Einen schönen guten Tag, danke fürs Kommen, Frau Präsidentin. Sehr gerne, schönen Sonntag. Frau Buris, die ÖVP hat sich stark kritisiert als Vorsitzende im EU-Ausschuss diese Woche, weil sie Beweismittelunterlagen von Peter Pilz zugelassen haben, die der Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl zuvor abgelehnt hat. Was entgegnen Sie? Naja, es ist so, dass in der Verfahrensordnung festgehalten ist, in unserem wichtigsten Kontrollinstrument, das ja ein Untersuchungsausschuss ist, das ist mir auch wichtig noch einmal zu erwähnen, dass eine Auskunftsperson das Recht hat, Unterlagen vorzulegen. Und wenn eine Auskunftsperson von dem Recht Gebrauch macht, dann hat man drei Dinge zu tun. Und das Erste ist, man muss überprüfen, ob diese Unterlagen auch rechtmäßig erlangt wurden. Und die Auskunftsperson Dr. Pilz hat unter Wahrheitspflicht im Ausschuss mitgeteilt, dass er sie rechtskonform auch erlangt hat. Zweite Frage, die zu klären ist, ist, ob der Inhalt im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand steht. Und das Dritte ist, dass man überprüfen muss, ob Vertraulichkeitsstufen hier erforderlich sind oder nicht. Und in Beratung mit dem Richter war klar, alle drei Fragen sind zu bejahen. Und daher ist diese Unterlage auch dem Ausschuss sozusagen eingegangen. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, erstens einmal 48 Seiten einer kurzen Überprüfung zu unterziehen, ob diese drei Faktoren auch erfüllt sind. Und das war mit Punkt und Beistrich. Und daher auch die Verfahrensordnung erfüllt. Unser eigentliches Problem ist in der Regel nicht, dass man 48 Seiten in einer kurzen Zeit einer Bewertung unterzieht, sondern unser eigentliches Problem ist, dass entweder der Ausschuss zu gar keinen Unterlagen kommt, weil sie vorher geschreddert werden, oder wir überhaupt erst am Ende des Ausschusses durch einen Exekutionstitel, wo der Herr Bundespräsident eingeschaltet werden muss, überhaupt Unterlagen erlangen. Also es müsste im Interesse aller in dem Ausschuss sein, aller Fraktionen, die an Aufklärung auch interessiert sind, dass es Unterlagen gibt, Dokumente gibt und bewerten muss es dann der Ausschuss. Jetzt wird ja der Vorsitzende Wolfgang Sobotka sehr stark kritisiert, auch von der Opposition. Haben Sie dem Herrn Nationalratspräsidenten schon einmal proaktiv angeboten, die Ausschussführung zu übernehmen? Nein, aber es ist seine Entscheidung. Und ich habe ja auch den BVT-Untersuchungsausschuss übernommen. Ich habe unzählige Ausschüsse, Hypo-Untersuchungsausschuss geführt. Ich habe im Übrigen auch einmal einen Ausschuss abgetreten, nämlich den Eurofighter-Untersuchungsausschuss an den zweiten Präsidenten Karl-Heinz Kopf. Und wir haben nie eine Diskussion über die Vorsitzführung gehabt. Das heißt, es ist so, dass das Regelwerk der Verfahrensordnung, das mit von allem heute in Partei vertretenen Parteien auch beschlossen wurde, ja eines ist, das tauglich ist. Aber dass es offensichtlich in der Anwendung, man lieber über Verfahren spricht und über Abläufe und über Vorsitz und über Geschäftsordnung, als tatsächlich über den Inhalt. Wir sind aber der Bevölkerung schuldig, hier Transparenz in Vorgänge zu bringen, die die Vollziehung des Bundes betrifft. Und daher appelliere ich, und das habe ich auch in meinem Vorsitz getan, weniger Geschäftsordnungsdebatten zu führen bei einer Verfahrensordnung, die wir jetzt seit sieben Jahren in Kraft haben und die ein taugliches Instrument ist, sondern sich mehr um den Inhalt, nämlich den Korruptionsvorwürfen und Machtmissbrauch zu widmen, damit wir einen Erkenntnisgewinn haben. Nicht, dass man da mit dem Finger auf jemanden zeigt, sondern damit wir wissen im Parlament, welche Maßnahmen müssen wir setzen, dass wir das verhindern, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann. Ich muss Sie mal ein bisschen kürzere Antworten bitten. Ich habe noch sehr viele Fragen. Wären Sie dafür, dass den Vorsitz überhaupt jemand anderer führt, nämlich ein Richter, kein Präsident, kein Nationalratspräsident? Wir haben ja 2014 das beschlossen, dass das Präsidium, also die drei Präsidenten, den Vorsitz führen sollen. Und ich glaube, es war damals eine richtige Entscheidung. Es ist das höchste Kontrollinstrument, das das Parlament zur Verfügung hat. Und es ist ein parlamentarisches Instrument. Und daher ist es richtig, dass die Präsidenten, die ja auch die Aufgabe haben, den Vorsitz im Nationalrat objektiv und sachlich zu führen, dass die das auch im Ausschuss übernehmen. Also wenn es jetzt in dem Fall eine Kritik gibt an die Vorsitzführung, die es noch nie gegeben hat, muss man vielleicht da ansetzen, aber nicht das Regelwerk neu überdenken. Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Österreich hat sich politisch klar geäußert und ist klar auf der Seite der Ukraine und sagt natürlich auch gleichzeitig, militärisch wird man nicht eingreifen. Jetzt zahlt aber Österreich auch ins EU-Budget ein. Und wenn mit diesem EU-Budget jetzt auch Waffen für die Ukraine gekauft werden, finanziert werden, was bedeutet denn das für die Neutralität Österreichs? Also mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen und gerade wenn es so furchtbare Auseinandersetzungen gibt und Krieg in der Ukraine, in Europa damit gibt, die Bilder, die wir tagtäglich sehen, die entsetzlich sind, dass es genau in dieser Zeit so wichtig ist, dass wir unsere aktive Neutralitätspolitik aufrechterhalten. Und aktive Neutralitätspolitik bedeutet, dass wir uns zwar nicht an militärischen Auseinandersetzungen beteiligen, aber gleichzeitig uns verpflichten zur Solidarität. Und wir haben das in der Vergangenheit Österreich gezeigt, ob das beim Prager Frühling oder in der Krise in Ungarn war oder zuletzt der Jugoslawien-Krieg. Österreich ist mit dieser Neutralität und unserer Haltung auch als aktive Neutralität gut gefahren. Wir sind nicht im Wettstreit, wer die größte Armee hat oder ob wir eine Atommacht sind. Nein, Österreich ist eine Dialogmacht. Und deshalb sind wir auch UNO-Standort. Deshalb finden bei uns Abrüstungs- und Friedensgespräche statt. Und das hat mit der Neutralität zu tun. Und das sollten wir aus sicherheitspolitischen Gründen auch nicht aufs Spiel setzen. Nächstes Thema, Präsidentschaftswahlkampf ist Ante Portas. Das steht vor der Tür. Die werden im Herbst stattfinden. Rechnen Sie mit einem Wiederantritt von Van der Bellen, von dem jetzigen Bundespräsidenten? Der Herr Bundespräsident hat in einem Interview kürzlich bekannt gegeben, dass er so in einer Endabstimmung bei seinen eigenen Überlegungen ist. Und wir haben eh so wenig Respekt in der Politik, dass ich finde, das Mindeste, was man an den Respekt an den Tag legen kann, ist, dass man diese Entscheidung des Bundespräsidenten auch abwartet. Aber ich habe den Eindruck, dass er schon sich gut vorstellen kann, diese Funktion weiter auszuüben. Und ich habe auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass, wenn er sich dafür entscheidet, ich es gut finde, wenn man ihn unterstützt. Also ich würde ihn bei einer Wiederkandidatur unterstützen. Noch ganz kurz zur innenpolitischen Situation. Wir haben seit Anfang 2020 eine türkis-grüne Regierung, mittlerweile den dritten Kanzler, den dritten Gesundheitsminister, zwölf Ministerwechsel bei 17 Köpfen. Trotzdem schafft es die SPÖ nicht, nennenswerte Vorteile daraus zu ziehen. Warum nicht? Naja, wir haben schon gesehen, dass es eine Partei gegeben hat mit Sebastian Kurz, die wie eine Sternschnuppe geleuchtet hat und dann ganz schnell erloschen ist und viel Vertrauen verloren gegangen ist und die Politik an Glaubwürdigkeit doch verloren hat, weil so viel versprochen wurde. Und heute sehen wir, was daraus geworden ist. Also ich glaube, es ist besser, wenn man nachhaltig diesen Vertrauensverlust, der in der Bevölkerung gegenüber der Politik da ist, den versucht, auch wieder aufzubauen, dass man sich darum bemüht, auch bei allen Krisen, von der Pandemie bis jetzt zu dem furchtbaren Krieg in der Ukraine, auch die Lebenssituation der Menschen in Österreich im Auge zu behalten, dass man sich darum kümmert, dass die Frage eines Teuerungsausgleichs, Energiekosten, Wohnkosten, die Frage der Pflege, die sich noch mehr verschärft hat durch die Pandemie, dass man sich diesen Themen annimmt. Und die Sozialdemokratie macht keine Oppositionspolitik mit Schauen vor den Mund, sondern sehr konstruktive Vorschläge im Parlament. Die brauchen dort eine Mehrheit. Aber ich würde insgesamt der Politik empfehlen, mehr sachorientierte Politik zu machen, mehr zusammenzuhalten und auch versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden und die Lebensrealität der Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Frau Präsidentin, ich hätte noch sehr viele Fragen. Leider sind wir am Ende der Zeit. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen internationalen Frauentag, vor allem einen friedlichen und allen Frauen, der ja übermorgen sein wird. Vielen Dank. Danke schön. Danke.